Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute mit Mikado Intense und die sind wirklich sehr intensiv. Diese Sorte kommt mit Karamell und Salz daher. Wie geil ist das denn? Leider gibt es die noch nicht in Deutschland, aber die gibt es in Frankreich und in Spanien. Ich habe euch die ja schon mal in diesem einem Haul gezeigt, in den großen XXL Süßigkeiten Haul von Beesmo Germany und Supermarkt News und das sind die jetzt aus diesem Haul. Die teste ich jetzt heute mit euch. Ich bin sehr gespannt, wie die mir schmecken werden. Ich habe sie vor langer langer Zeit mal probiert und fand sie abartig geil. Echt, weil die waren so lecker. Die sehen ja auch schon lecker aus, oder? Dunkle Schokolade und Salz und das ganze auf einem Mikado Stick. Kann es noch geiler werden? Ne, ne? Ich finde auch, wir haben einfach auch zu wenig. Schaut mal, so dunkel ist der Stick. Ich halte den mal hier vors silberne Folienpapier, dann könnt ihr ein bisschen besser sehen. Das riecht schon so lecker. Sogar der Mikado Stab ist dunkel. richtig geil. Und es ist so cool, weil das Salz, das ist ja wirklich dran. Das schmeckt man auch. Viele sagen ja gerade bei Schokolade, dunkle Schokolade mit Salz, da schmeckt man gar nicht raus. Hier schmeckt man es wirklich raus. Denn ihr könnt ihr ja auch sehen, dass die Schokolade hier wirklich sehr gut unterhalb, also dass das Salz unterhalb der Schokolade eingearbeitet wurde und das knallt richtig. Schokolade, Salz und Karamell. Geilste Kombi ever, oder? Ich liebe es. Dunkle Schokolade, Karamell und Salz. Diese Mikado-Sorte bräuchten wir dringend auch in Deutschland. Knusprig. Diese dunkle, herbe Schokolade, dann das süße Karamell und das Salz. Besser geht es eigentlich gar nicht in einer süßen Kombi, finde ich. Oder? Was meint ihr? Ich finde, dunkle Schokolade, dieses Salz und dann noch Karamell, alle Geschmacksnuancen vertreten. Wie könnte man das noch besser machen hier bei Mikado? Ich weiß es nicht. Deswegen, wenn ihr mal in Frankreich seid, Belgien steht ja auch drauf oder Italien. Wenn ihr die entdeckt, kauft gleich drei, vier, fünf oder von mir aus auch sechs Packungen davon. Die sind echt lecker. Es lohnt sich, die auf Vorrat zu halten, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video inspiriert und ich hoffe, ihr konntet die auch schon mal probieren. Wenn ihr die schon mal probieren konntet, schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde mich echt freuen darüber, was zu lesen, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!